hey leute hier sind wir abner und der benny von die baddestock und heute gibt es eine neue fette falle in sky wars ja und wenn ich sagte jemand von hier das unten kannst du alles weggraben wenn du bock hast und versuch dich nicht selber zu töten mit der spitze und nicht so einfach werden ja leute wir haben vor dass wir hier einfach eine fette sandfalle bauen in dem oben wirklich nur sand ist darunter sind schilder und wenn ein schild abgebaut wird weil benni wird sich dann darunter verstecken dann fällt der sand nach unten und out of map und der typ der auf dem sand steht wird dann mit runter fallen und sterben das ist unser ziel ich hoffe wir schaffen das ganze ja hoff ich auch richtig hallo ich gebe dir ein bisschen rüstung ja danke danke ich habe überhaupt kein sand o gott da kommen gegner okay ja ich komme aus weiß nicht ob der andere kommt vom hoch also ich bin schon unten versteckt auf jeden fall ja ich habe gegner getroppt ich habe den anderen ich in der perle ja du bist da und er läuft einfach runter und ich habe mich fast selbst getroppt ich gerade weiter warte 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 lass mich ein blog platzieren da platziert das schild drauf ja ich habe so angest man zu ziehen und guck ob gegner kommen ja der anderen insel ist auf jeden fall noch einer oder baut mit dem zeug ab ich gehe mal auf die andere und wohl das sind also pass auf nicht dass ein gegner kommt wenn das das loch ist so breit man er geht nicht ich bin recht zu mehr ich schreibe mich die macht sein wird dein ganzer sand hingeworfen wir spieler und kein team das heißt alle solo dann wird so ein double kill schwierig aber ein solokill schaffen wir da ist einer fuld ihr oh gott da war gerade schon sehen und die haben sich gegenseitig getroppt so soll ich noch nie gesehen was die wollten die zwei gegner wollten gleichzeitigen john cena machen okay okay what the fuck und dann haben die denn da gedroppt und sich gegenseitig und what the fuck ist da passiert wir sind eine insel entfernt kaum wenn die fall jetzt auf geht das wäre so schön mit sowas kann man eigentlich nicht rechnen weil da unten sowieso überall sand ist oder ja also das sieht man eigentlich gar nicht da kommt man ich die noch eine insel weiter wenn der jetzt wirklich der rein rennt soja ich sehen wir haben kraft da ich gehe doch ganz spiel nicht du bist auf unserer insel er kommt so hart man hat bock drauf er hat bock zu sterben er kommt jetzt ich glaube das war die größte sand war die jemals gebaut wurde aber so perfekt es bringt einfach rennt und ist weg da hast du dir gequittet ich würde sagen wir probiert das ganze einfach noch mal let's go man rüber und klatsch den komm mit oh gott habe ich mich knapp gerettet und er kommt ich bin im wasser ich kann hoch eine gute combo gegeben der kann verkaufen er kann pc ausschalten er hat mich nicht einmal gehittet zwei sand dahin und da gehe ich rein wieder obwohl die frage ist okay perfekt kann ich ja noch eins nach unten gehen nee facket ich bin ein gegner nein du hast mich gedroppt was warum habe ich nicht gedroppt du hast der sand runter gelassen ich habe sand runter gelassen stimmt ja ich stand auf dem blog der eine wirft jetzt zeug weg ich stehe direkt bei der treppe da also wo es nach unten geht obwohl er jetzt jetzt kannst du ein drop ein ja bist du da ja es ist perfekt und die andere stieg nach oben da kommt jetzt gebe ich die treppe runter also die leiter okay ne warte er kommt als er ist da direkt über dir den hast du den hast du das wäre vielleicht der bester jetzt noch das wird so gut ich könnte es noch mal aufbauen ja aber du hast nicht genug sand oder ich könnte auch wenn obwohl wie viel es liebt ein zweiter team mann wie soll ich das sonst klatschen ja mach so mach so let's go ja das war perfekt der wird voll dir springt einfach drauf er schreibt in der chat ist ein prank wtf er wirft er wirft er wird ja mann den zweiten voll dir perfekt perfekt auch gott ich sehe sie ja das wäre nice wenn wir die truppen dass wir so perfekt ich werde mich einfach in die mitte hinbelle mit spinnen jetzt ja die kommen mit ender perle ja sagt bescheid einfach da jetzt go 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 ich habe gewaltt ne beide doch beide was beide mit einem die lacht oh gott 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 er hat so noch bei geschwert achtung mit schärfe zwei oder so mindestens das war die sandfalle wir hoffen natürlich sie hat euch gefallen auf jeden fall fällt da glaube ich jeder drauf rein also es gab bis jetzt kein der das irgendwie jetzt gecheckt hat dass da eine falle drunter ist und alles in der möglichen und wurde dann gedroppt also wir hoffen natürlich das ganze hat euch gefallen wenn ja könnt ihr einen mann leichter lassen und benny hast du noch was ne haut rein wir sehen uns morgen bis dahin ciao